Neue Gebäude, neue Technik, volle Funktionsfähigkeit. Doch was passiert in Zukunft? Wartung, Instandhaltung? Kampa gewährleistet mit dem modularen Bausystem einen schnellen Zugang zu allen Installationen. Diese werden in Installationsschächten, in Vorsatzschalen oder in Decken verlegt, nur verkleidet, nicht verbaut. Etwaige Schäden und deren Folgeschäden werden so verringert. Darauf wird auch der Versicherer reagieren mit geringeren Prämien. Wir als Versicherer legen bei Leitungswasserinstallationen großen Wert darauf, dass etwaige Schäden schnell erkannt und mit wenig Aufwand repariert werden können. Wenn Gebäude dieser Art dann in der Langzeitbetrachtung ein erkennbar geringeres Schadenrisiko verursachen, wird sich das auch in den Versicherungsprämien bemerkbar machen. Ein gutes Beispiel ist die Zusammenarbeit mit Kampa beim Bau des Holzhochauses K8. Die baurechtlichen Vorgaben wurden erfüllt, die brandschutztechnisch relevanten Details wurden im Vorfeld abgestimmt und die Bauausführung wurde dann mit hoher Qualität umgesetzt. Kampa – Effizienz wieder eine Stufe weiter gedacht.